Das muss alles neu lackiert werden. Ich will gar nicht wissen, was das wieder kostet. Aber eine Anzeige? Ich weiß nicht. Alles Ihre Schuld. Du hättest ja nicht hingucken gebrauchen. Sag mal, wie ist das eigentlich so mit den Abwasservorschriften? Was? Ich mein, auf diesem Pisspott da, da wohnen noch Menschen, oder? Die Moretta. Die Lola. Und diese Menschen, die haben doch, ich sag jetzt mal, Bedürfnisse. Also, die Frau Lachmann ist eine absoluten... Und diese Bedürfnisse, ja, die müssen ja irgendwo hin. Das kann doch nicht sein, dass die einfach in mein schönes Wasser... Die haben ja nicht mal ein Klo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Du bist doch öfters dort, wegen deinem Rücken. Wehe ich? Nö. Außerdem gehe ich da nicht auf den Klo. Die haben dort nicht mal eine Dusche. Wie ist das eigentlich so mit den Vorschriften, so hygienemäßig und so? Tja, weiß ich jetzt gerade nicht. Müsstest du aber, du bist doch Polizeimeister. Polizeiobermeister? Na eben. Schau mal. Was ich hier will, das ist ein Jahr mit Wasserski und Badebereich. Da kann es doch nicht sein, dass einfach jeder dahergelaufener hier einfach in mein Wasser kacken kann. Nee, das geht natürlich nicht so. Eben. Frau Lachmann, Sie duschen auf dem Oberdeck. Ja und? Nackt. Ich hab sogar voll die Möpse deiner Mutter gesehen, ey. Uh. Hinterher, Mann! Los! Lola, das ist Kurt. Kurt, das ist Lola. Freut mich sehr. Der ist doch ganz nett. Das ist ein Schleimer. Papa war lustiger. Papa ist nicht mehr da. Und wenn er wiederkommt? Wir haben einen neuen Mitschüler. Wo ist denn noch ein Platz frei? Bei Lola. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Die dürfen nicht hier sein. Legal! Ja, du bist asozial. Solltest du lieber mal diesen komischen Schnurrbart abschneiden. Könnt ihr besser knutschen. Aber was fällt hier eigentlich ein? Du hast keine Ahnung! Wir sind Freunde, Revin und ich. Freundschaft ist gut, aber gefährlich. Lächeln! Voll des Liebes, falls des Monats, ey. Geht das her? Ich krieg immer nur Probleme wegen dir. Ich hab alles verkehrt gemacht. Mach dir nicht so viele Sorgen. Alles wird gut. Das sagt die Erwachsene doch immer. Komm, gleich ein! Das ist ein Geheimnis. Ich schwöre, dass ich nicht verraten werde. Kein Wort. Prinzessin Lola von der Erbser. Ich zeige sie an! Immer noch die gleiche alte Pätze. Setzen. Sechs. Wie schreibt man illegal? Keine Ahnung, Mann. Das ist doch irgendwie voll verboten. Das ist doch irgendwie voll verboten. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk